2. Oktober 2021 in Stuttgart Friedliche Bürger sitzen unter der Jubiläumsäule Plötzlich geschieht Unglaubliches Einen jungen Mann wird ein Handy abgenommen Ist das schon nach Paragraf 244 Strafgesetzbuch Diebstahl mit Waffen oder behandelnden Diebstahl? Hat er sein Handy mitgenommen? Plötzlich flog aus der Menge eine Plastikwasserflasche Die Polizei war verunsichert War das ein schwerer Angriff? Oder gar der Versuch einer schweren Körperverletzung? Ob der junge Mann die Flasche geworfen hat, ist uns nicht bekannt Im Moment Aber er war an der Lage zu kommen Wenn Sie die Flasche zeigen, dann haben Sie den Zustand Ich hoffe, sieh' die Flasche Wenn ich mich will, sieh' die Flasche Vielen Dank.